servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge jumpdown ich glaube ich habe den spielmann schon mal gebracht damals halt noch auf dem kraftgameserver mittlerweile ist das auf dem rewi server aber noch mit genau den gleichen maps mit keinen anderen und dabei ist heute der basti redsplit zahle jetzt direkt vor mir und wird geboxt in englisch spaß danke das habe ich gesehen das ist schon im himmel gefallen alles klar ich finde es so lustig da gibt es auch ist auf revys rotze ausgerufen das ist wie auf kraftgames sind auch solche chatnachrichten das habe ich glaube dass ich so hieß glaube die folge irgendwie geile chatnachricht oder sowas und so was für eine feier ich immer mega ist auf jeden fall cool firestorms 21 10 hat sein skill zu hause gelassen alles klar das place ist vom himmel gefallen ich habe ein premium von jetzt ist gewisse ich eher weniger geil wo aber hier ist noch einer der wird stress oder uhr mark er hat mich gekillt oder Prozent scheiße ich glaube das war gar nicht gut aber wir probieren aber auf der zweite map gleich wieder ja um das ökosystem okay ich kenne dich das voll cool dass er über ihn gepikselt ist so ein ding ist und das ist hier heißt nur anders wie auf ding ist wie auf kraftgames ja da hieß irgendwie anders als bambus oder so eine scheiße war da unten oh hä unge ne 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 da war dahin gepikselt ich musste irgendwo hin wo mich keiner runter bockse ich hab auch noch mal ich bin so scheiße so ich bin hätte und ehrlich gesagt eine richtig geile idee ist es eigentlich neu von revy dazu gemacht oder ist es nee nee das ist von kraftgames ist die hatte genau die gleiche maps ich mein get down hat er dann ist von revy ja meine ich oder ich ich mein die hat es sogar auch die hatte jumpdown und get down aber die habe es auf jeden fall übernommen also die maps auf jeden fall weil der der ihr müsst ihr wissen den kraftgames aber den gibt es nicht mehr ja leider ja der war eigentlich mega über das ich hab dann mal jumpdown gespielt aber es war halt nicht mehr finanzierbar wahrscheinlich auch weil sich keiner prämien gekauft hat Junge wir wollen mich alle mal runterkicken ey das weiß ich schaffe ich den schon mal das war der sinn vom spiel aber was soll das was soll das was soll das oh ich bin ziemlich weit aber ich finde wie gesagt get down richtig cool weil ich meine was vom jumpdown nicht so der beste ist geht richtig ab ganz halt so coins sammeln ja dann um pvp was reißen ui 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 nein aus ich will da nicht pushen aber aus ich will da nicht pushen aber easy aaaaaaah aber ich hab nur 30 fps das pisst mich grad an na gut jetzt sinds wieder 120 ok 90 passt so oh die map mag ich voll ey die ist richtig geil die ist da gibt's voll viele blöcke das ist das gute ich hab da immer so eine route wo ich lang gehe ich hab gar keine route ich bin einfach sinnlos irgendwo runter ja ey ich bin fast bis auf den boden runter ich eigentlich auch aber ich geh immer am rand entlang weil da sind immer coole wege ja ja ich komm mal mit am rand nein 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 ich bin runter gefangen oh so und ich bin ich bin hier gar nicht so ein freund von springen ich lauf lieber irgendwie runter ja das ist echt so weil springen da kannst du dich richtig verschätze teilweise bei uns war halt brandschutz übungen ah ne die kommt bei uns im schuljahr mal anders war schon mal party bist du auch schulsunni eigentlich nein bei uns gibt's sowas nicht ja ich bin aber das war what the fuck war der schnell ich bin nur bei 71 das war voll lässig das war voll spielig ah ich bin dritter nice ey zweiter hey das sind die plätze angeordnet sind die dumm zweiter gehört hier ein dritter da hin ja 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 naja naja ich würde hier an der stelle sagen wenn euch diese runde jump down gefallen hat dann schaut auf jeden fall mal bei baschi vorbei da gibt es bestimmt auch noch irgendwas nettes er hat auch mal jump down gebracht wenn ihr das video seht und wir nehmen jetzt noch was für ihn auch vielleicht denke ich mal schätze ich mal das wird dann ich denke mal auch früher kommen wie meins bei meins kommt am samstag und wir nehmen hier gerade am montag auf weil ich nicht so viel zeit habe unter der woche meins kommt morgen dann genau meins kommt seins kommt am dienstag bei mir kommt am mittwoch dann fifa wenn ihr das wenn ihr es noch nicht gesehen habt fifa unter in der beschreibung wahrscheinlich verlinkt oder so wahrscheinlich mal gucken fifa die erste freiburg karriere oder interessiert ist kann beim arrive kopf vorbeischauen ja ja also gut würde ich an der stelle sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch oder und dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao Ciao!